Herzlich Willkommen zu unserer Reihe Feste im Jahreskreis aus biblischer Sicht. Ich habe heute jemanden bei mir. Mein Name ist Nick. Ich grüße euch alle miteinander im Namen Jeho Shua Maschia. Wir wollen in diesem Video und eventuell noch in ein paar anderen Videos über das Osterfest sprechen, welches sehr vielschichtig ist. Das Osterfest hat nämlich eine kommerzielle und weltliche Komponente. Es hat eine religiöse Komponente, die sehr viel mit gewissen Riten zu tun hat. Und es hat eine Glaubenskomponente für diejenigen, die das Osterfest dann eventuell auch manchmal Auferstehungsfest nennen. Die Glaubenskomponente ist das, was Jesus für uns, für unsere Sünden am Kreuz vollbracht hat und die Auferstehung. Und beides zusammen sind der Weg, wenn man daran glaubt, in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit. Und dazu gibt es noch einen Bibelferst, und zwar in Galater 2, Vers 20. Und den lese ich jetzt auch gleich. Amen. Und das ist eigentlich das wahre Evangelium von unserem Herrn Jero Shua Maschia. Genau. Amen. Und das verkündet uns die Bibel. Und damit sind wir beim wahren Ursprung des Festes, das wir leider heutzutage fälschlicherweise Osterfest nennen, in unserem deutschen Sprachgebrauch. Die Bezeichnung in anderen Sprachen bringt es vielleicht ein bisschen besser auf den Punkt und erinnert wirklich an das ursprüngliche jüdische Passerfest. Aber bei uns dieses Ostern ist eigentlich wirklich ein falscher Begriff. Warum? Der Name Ostern führt zurück auf eine germanische Göttin, die man Ostheira genannt hat. Eine Göttin der Fruchtbarkeit, des Ackerbaus, des Frühlings und der Morgenröte. Und symbolisiert noch als Wachstum und Wiedergeburt. Wir sehen also, dass dieses Ostern von der Namensgebung her eigentlich schon mal nichts mit Jesus Christus zu tun hat. Und diese Ostheira, wir sehen schon, dass es diese Ostheira gab es auch schon im Babylonischen. Im Babylonischen war das Gleiche, die Göttin Ishtar. Und auch diese wurde als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt. Und diese Fruchtbarkeitsgöttin wurde im Frühling angebetet, als das Leben erwachte. Da sehen wir jetzt schon eine Parallele zu den ganzen Fruchtbarkeitssymbolen, die wir heutzutage schon zu Ostern benutzen. Die Osterhasen, die Ostereier und so weiter, die Küken. Ist ja alles ganz süß, aber wir müssen immer wissen, was der Ursprung dahinter ist. Früher gab es ja da auch noch andere Brauchtümer. Da hat uns der griechische Geschichtsschreiber Herodot etwas hinterlassen. Wir sehen also, dass diese Fruchtbarkeitsriten eigentlich was relativ Unheiliges waren, obwohl doch heutzutage das Osterfest als heiligstes oder größtes Fest der Christenheit hingestellt wird. Die Auferstehung Jehuschers ist zwar schon etwas sehr Wichtiges oder das wichtigste Ereignis für einen Christen, aber schon allein, was um das Osterfest für Bräuche entwickelt wurden, zeigt eigentlich, dass mit dieser Auferstehung der Fruchtbarkeit nicht das Gleiche gemeint ist, als die Auferstehung von Jesus Christus. Es gibt ja ziemlich viele Bräuche um das Osterfest rum. Da sind ja wir in Bayern auch ganz vorne mit dran. Was gibt es da alles? Es gibt zum Beispiel die Ostereier. Das sind gekochte Eier, die gefärbt werden. Und sie werden den Kindern in ein Nest gelegt, das die Kinder vorbereiten. Und das ist ein Osterbrauchtum. Der Brauch wurde schon vor Christe Geburt als heidnischer Brauch erwähnt und ist in unserem christlichen Leben eigentlich reinster Götzendienst. Und die Eier werden vom Osterhasen gelegt. Dieser Osterhase, den es eigentlich gar nicht gibt, weil ein Osterhase ja keine Eier legt, sondern ein Osterhase, den gibt es gar nicht. Und es wird mit dem verwechselt. Der Osterhase wird als wahr erklärt. Und die Kinder glauben an den Osterhasen, die Kreuzigung Jesu Christi und seine Hingabe und seine Erlösung für uns durch sein Blut, das er hingegeben hat. Und was noch wichtiger dazu ist, die Auferstehung wird den Kindern so viel wie gar nicht erklärt. Das heißt, der Osterhase ist die Wahrheit. Unser Jesus Christus ist für sie, für die Kinder ein Märchen. Genau. Und das ist eigentlich der springende Punkt, warum das Osterfest, so wie es heutzutage gefeiert wird, oder einer der springenden Punkte, warum es eigentlich im Leben eines wahren Christen überhaupt keine Berechtigung hat. Es gibt ja auch noch andere Bräuche, die man auch besonders in der ländlichen Gegend kennt. Und genau. Zum Beispiel am Palmsonntag, vorher praktisch, den Sonntag vor dem sogenannten Ostersonntag, ist die Palmweihe. Und da gibt es die Palmbüsche, also diese werden zusammengebunden zu einem Büschel und sie werden geweiht vom Pfarrer. Und am Karlsamstag wird dieses Holzstück auf der Vorderseite angebrannt und das nennt man die Brandweihe. Und diese Brandweihe benutzt man wiederum am Ostersonntag. Die Frauen richten einen Korb mit verschiedenen Speisen, mit diesen sogenannten Ostereiern, Schokoladeeiern, Kuchen und ein gebackenes Lamm da drinnen, geräuchertes Speck und so. Dinge dazwischen. Alles, was man so essen kann, Osterbrot, das sogenannte Osterbrot ist auch dabei, Meerrettich und das kommt in einen Korb. Der Korb wird dann schön mit einer Decke abgedeckt und am Ostersonntag weilt der katholische Pfarrer diese Speisen, die die Frauen mit in die Kirchen mitnehmen. Ja, und der Höhepunkt ist eigentlich dann das, was dann nachher mit den Abfällen gemacht wird und mit dem sogenannten Brand, den du erklärt hast. Wie geht es da dann weiter? Das wird dann so gemacht, die Speisen werden verspeist und der Rest, der übrig bleibt, von den Speisen, die Eierschalen, zum Beispiel auch Äpfel sind ja dabei und die Obstschalen und alles, was von dem Geräucherten, die Rinde und alles, was dann nicht essbar war, zum Beispiel von Zwiebeln auch, die Schalen, die werden zusammengepackt und dann werden Stücke geschnitten von dem Brand. Und da werden so kleine Kreuze gemacht und man geht zur Felderweihe und überall, wo ein Weizen angebaut ist, an den Ecken, mindestens an zwei Ecken von dem Feld, wird dort so ein kleines Kreuzchen, das man vorbereitet hat, hineingesteckt und etwas von den Speisen, die übrig geblieben sind, also der Rest, wird dann hingeschmissen, da hingelegt und man hat natürlich auch Weihwasser dabei, weil ohne Weihwasser gibt es keine Weih und das nennt man dann die Felderweihe. Und diese Felderweihe wird am Ostersonntag verbracht. Ja. Nach dem Essen. Und dadurch soll natürlich der Segen Gottes auf die Felder kommen, praktisch die Fruchtbarkeit herbeigerufen werden und in unserer Kultur wird oft belächelt, wie primitiv gewisse Naturvölker leben. Wir sind stolz darauf, wie weit wir entwickelt sind, wie fortschrittlich wir sind, aber wenn wir mal Parallelen ziehen, es ist eigentlich nichts anderes, was mit diesem Brauchtum gemacht wird, als dass es Völker im Urwald machen. Ich nenne die gar nicht primitiv, weil die machen eigentlich dieselben Sachen und es werden dieselben Sachen praktiziert, wie schon vor vielen tausenden Jahren, als es auch noch gar keinen Jesus Christus auf der Erde gab. Diese heidnischen Völker, die viele Götter anbeteten, also einen Polytheismus hatten, auch praktiziert haben. Also man sieht keinen Unterschied. Wir wollen noch einen anderen, etwas amüsanten Brauch ansprechen, der aus dem Bäuerlichen kommt und der aber wiederum zeigt, wie sehr das Evangelium eigentlich mit Unwahrheiten vermischt wurde. In den Evangelien wird ja berichtet von dieser Verleugnung durch Petrus, Ehe der Hahn krägt. Aus diesem Hahn, da ist ja auch schon wieder ein Osterbrauch gemacht worden. Ja, und dieser Hahn legt am Karfreitag zum Beispiel bei den Kindern schon Eier in ein Nest hinein. Da werden diesem Hahn am Karfreitag die Füße gewaschen. Auch wir als Kinder haben diesen Brauch sehr geliebt. Wir haben die Hähne gefangen. Und dann, der Hahn wurde gejagt, bis man ihn erwischte. Der war schon ganz kaputt. Und dann hat man ihn genommen und seine Füße mit der harten Wurzelbürste, damit sie ganz sauber waren, geschrubbt und gewaschen. Und dann hat man irgendwelche Leute, die am Hof waren oder wenn man woanders war, zu Besuch, dann hat man Eier in die sogenannten Osterneste gelegt. Und das war für uns, der Gockel hat die Eier gelegt. Und auch Schoko-Eier waren dabei. Also ist ja alles ziemlich lustig, aber es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Und man sieht halt einfach, das Schlimmste daran ist eigentlich, dass immer biblische Gegebenheiten, an die ja ein Christ eigentlich wirklich glaubt, dann wiederum mit gewissen heidnischen Bräuchen vermischt wurde. Und das ist eigentlich das Tragische an der Sache. Weil ich meine, dass jetzt Halloween nichts mit Jesus zu tun hat oder dass Fasching nichts mit Jesus zu tun hat, das sieht man noch ein. Aber diese österreichischen Bräuche beispielsweise, Da wird einfach Wahrheit mit Fiktion vermischt. Und das ist eigentlich das Tragische. Weil so eigentlich unser Gott, unser Elohim, unser Jahwe nicht richtig angebetet werden kann. Und viele Christen oder viele Kirchgänger, die meinen aber, sie tun das Richtige. Sie meinen, sie geben Gott dadurch die Ehre, dass sie ihre Speisen weihen lassen, dass sie ihre Felder weihen. Die tun das im Namen Gottes. Und es gibt auch Leute darunter, die meinen es wirklich ernst, die machen das nicht als Spaß, sondern sie meinen wirklich, dass sie dadurch Gott einen Dienst erweisen. Und dass sie für sich den Segen des Schöpfers erbeten. Die Leute wissen gar nicht, dass sie dadurch heidnische Götter anrufen. Und diese heidnischen Götter, die sie anrufen, die beanspruchen diese Seele der Menschen, die diese Brauchtümer tun. Und davon sollte man sich schleunigst abwenden und dem absagen und Buße tun darüber. Man sollte zu unserem lieben Herrn, Yerushua Maschia, unserem Schöpfer, das, was wir in uns drinnen haben und gelernt haben, geben und um Verzeihung bitten, dass wir diese Dinge alle mitgemacht haben. Nur so können wir von diesem Götzentum, von diesem Brauchtümern, von diesem Totenkulten, von diesem falschen Lehren befreit werden und nicht mehr tun. Das heißt, nicht mehr tun. Paulus schreibt uns zum Beispiel an dem Brief an die Galater, Kapitel 1, von Vers 6 bis Vers 9, Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abgewendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Und was wir empfangen haben, ist die frohe Botschaft. Und zwar die frohe Botschaft, dass Joshua Maschia auf die Welt gekommen ist, um für uns die Sünden zu tragen, ans Kreuz, und dass er auferstanden ist, und dass er jetzt lebt. und wir haben jetzt von den zwei unterschiedlichen Evangelien erfahren. Jeder hat die Entscheidung und wir segnen euch alle im Namen Joshua Maschias. Amen.